jo leute und damit willkommen zurück zum mario kart 64 mit dem flash mit sendos dem geisterfahrer so welchen zweiter cup flower cup geht los 100er in 100 cc da ich wirklich mit hallo lass mich schon mach das schon ich mach das schon jung da ich mit wirklich mit allsten glück den ersten cup gewonnen habe aber wirklich glück machen wir jetzt den zweiten flower cup oh ja schmecken jetzt nicht ganz kalt die finger hier aber ich hab ja mein overlay jetzt auch so geändert dass luigi drauf ist mario mario ist eine cultfigur dafür wo wir haben zwei fette in der ersten reihe sind wir ganz vorne ich hab die vor mir ich du nein haut doch ab was aber wichtig vor mir gab ich ja ich hatte auch dann gekommen wie das immer leckte du startest danke dass wir wenigstens ein bisschen lassen muss ich mal wie nett ich bin jetzt durfte melden das war ja ich meine mir damit ich mein war was ist das schlimm ist ich glaube wir zu viel reden passieren so viele unfälle hau es ab ja was hast du gemacht denn nein bei mir sind ja grad peach und joshin vorbei gekommen und josh hat noch peach ausgeschaltet und das ist immer zu geil dass wir nicht fahren brauchen also keine zeit verlieren das spiel ist gerecht schmeckst du was ja auch 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 bricht eh nix und windschatten gibt es wirklich ich hatte gerade auch gehabt deswegen sieht die manche auch ein fünftchen schneller weil sie einfach hinter dir bleiben schon wieder was ist das will ich nicht mehr brauche ich nicht wie wenn sterne haben vor allem du setzt viel zeit und der überholt mich der arsch ne ich weiß immer so lächerlich und ich hänge die ganze zeit auf dem fünften platz um was hast du das mitbekommen gut dass in den neuen teilen das so war dass sie nicht mehr kaputt gegangen sind irgendwo weil das wird scheppern ja passiert aber jetzt vorbeiziegt knallt der kopf gemein hast gesehen ja vor allem ich habe so gebremst dann bin ich voll in den rein was soll ich mit dem pilzen besser vor vorankommen oder irgendwo gegen fahren ja habe ich nämlich auch ja das wollte ich gerade auch machen ich musste nur noch mal gucken welche klappt das war ich schon wieder vergessen wenn ich gegen wurde gefangen werde ich ausgerutscht ja du wärst auch weg geflogen ja war überhol mich doch mal ist ja nicht so dass ich dich eben erst überholt habe ich backen so donkey kong wollen wir nicht freunde werden oder so weiß ich krieg rote was kriegst du danach rote wie vorher mit dem pilz ich schieße ich schieße und er fliegt direkt gegen die bande ja ist klar ah joshi boah ey das spiel ist so buggy ne so ne warm abwenden sie in die anderen teile lol lol in the air na 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 naO oh kleiner affe und die sind nie hinter dir aber trotzdem überholen die dich voll schnell ja ja ich weiß otten komm gib mir noch ein teil sie sind noch mehr bananenschein love is in the air joshi kriegt eine auf den sack ja überholt mich doch einfach mal besonders diese fetten fahrer normalerweise verlarmarschig sind 150er cup abfakt wird unter der punkt siegert 150 gab bei 2015 er steckt vielleicht 2015 so sieht es wohl aus war jungs vorne auf die karte weiß wie sind die beiden an mir vor netten reingekommen ist klar und die beiden fahren direkt an mir vorbei ja mario vergisst es ja jetzt liegt einmal kurz doch und dann kann er das geschieht wieder weiterfahren na klar das kann die immer und das ehrlich ich krieg das spiel sowas von aufgeraten aber es in der mann muss ich mit einem achter bin warum eine ahnung mir doch mal stehen wird durch das knall gleich das knall gleich wieder direkt entgegen wieso ist donkey kong mit einmal so langsam gewesen oder natürlich so dass ich ihn ran konnte ja ist klar am arsch das regt mich richtig auf das in der bilder hat ernst auf beach ja wie ich letzt ans ziel kommen so kleine sau da vorne wie können die können jetzt auch durchfahren ja manchmal packt das auch so hoch sag ich ja spiel ist von buggy lol krieg nur einen punkt ich bin ass ich krieg gar nix ach joshi auch noch hinter mir nochmal hey 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 ich hab da total in die hose gehen können hätte er auch ja bei mir das ja jetzt auch geht wenn wir die runde nochmal fahren können ne fand ich jetzt nicht so so schön dass wir die nochmal anfangen die ist gar nicht mal so lang aber die ist die ist total nervig die strecke ja ist die auch besonders hier weißt du das ist ja gar nicht mehr normal ne das haben wir im 50er cup nicht gehabt dass das so schwer war ja was soll ich erwarten von 50 auf 100 dass es leichter wird ne aber nicht so extrem schwer mit einmal mamma mia was soll ich denn sagen ein ja gar keiner wie ich besser gar keiner als gar keinen ja wirklich zwei spiele muss ich jetzt gewinnen mhm 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 mh auchạnh mhm 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 das ist ja immer wenn du die eisbonbons ne? ja du stinkst ich weiß alter steuerung ne? ja was damit? jetzt krieg ich einen stern was ist denn mit dir jetzt auf einmal los? ja du bist ja schon auf einmal erster warum? weil du behindert bist ich glaube nicht ich ja bananen geklaut mein erst meck gepompt ne durch schneemann durchfahren bye ja was? ey bist du behindert oder so? ich wollte ihn nicht treffen nein du wolltest mich nicht treffen du weißt doch dass ich erster war assi oh du behinderte fotzepitschen ne? ja den nennt mario ich bin auch eigentlich eben nur gegen die kante ging und mit einmal die level sind auch nicht so gut verarbeitet worden früher ne was erwartest du auch sonst ja na überhol mich doch nochmal das ist ein paar überraschung einfach auf den weg gelegt joshi fährt durch ne bananenschale durch die bleibt stehen bleibt da einfach liegen oh er ist in den schneemann reingepfeffert geil die machen das auch die springen auch in kurven ja sicher so donkey komm ich hab was für dich ja ich fahr direkt in die bananenschale rein ist klar ist klar ihr hodenkobolde ja alter ne fette sau die auch noch stern kriegt ist der jetzt erster wenn donkey kommt da ist der kapp ist rein vom aufregende ist er auch tschüss von z einmal weg mit dir also da kommt der cheater von hinten auch noch an alter bananen nein warte warum warum hat mich bald weil donkey kong abgebremst hat noch ja wir hatten sondern hat noch eine oder nicht noch eine geschossen die zappelte vor mir rum und hat die mich getroffen äh was ich mal tippe da die du da die auch joshy ziehen wolltest und joshy vor donkey kong war dann wollte die kann auf donkey kong drauf und hat sie dich ihm einfach mitgenommen ja wo wolltest du denn abkürzen ja das muss aber bestraft werden ist quer rüber muss es gar nicht ich wollte nicht komplett rüber so ein bisschen kürzer fahren aber nö ja ein bisschen kürzer fahren das geile ist die gegner dürfen das dann wiederum ja das ist ja auch immer die gegner dürfen das dann wiederum ja hä das war doch noch nicht mehr komplett ja scheiß also ich spiel oh my god würde ich noch vierte oder was ja das war wirklich schon letzte runde habe ich nicht mitbekommen Toll, siebter. Ich hab wieder keine Funke. Oh, das wird noch nicht mehr erster mehr für mich. Eieiei. Siebter. Ein Platz weiter vorne. Toll. Halt's Maul. Was soll ich denn sagen? Halt's Maul. Ich bin vierter schon wieder. Interessiert mich nicht. Ah, ey. Diese Kack-Level. Jetzt kommt dieses komische Stein-Level, oder nicht? Stein-Level? Ja. Es kommt jetzt. Ja. Und dann kommt, ich glaub, Bosas Festung. Nee, die kommt bei drei, glaub ich. Nee, bei zwei. Bei drei war mit Peach.